Morgens halb zehn in Deutschland. Zeit, um sich ruhig mal wieder den Überblick zu verschaffen. Und Kinder, Kinder, einfach mal die ganze Welt drumherum vergessen. Haha, da kann man sich doch mal seinen eigenen Spaß gönnen. Knoppers, frisch und knusprig gebacken. Genau richtig morgens halb zehn in Deutschland. Knoppers, das Frühstückchen. Knoppers, das Frühstückchen.